Hallo liebe Leute, ich bin's, Ari, und ich hab die Schnauze voll. Ich habe jetzt vorhin zwei Aufnahmen gemacht, die eigentlich Part 4 und Part 5 werden sollten. Allerdings hat sich mein Computer einfach mal gedacht, Fick dich, ich hab keinen Bock mitzuspielen, Gregi. Das erste Mal, Lego Racers abgekackt, Fraps abgekackt. Aufnahme hinüber. Dann hab ich gedacht, startest du beide Programme nochmal neu und eine verfickte Demo kommt, die ich nicht sehen will. Und dann passiert einfach nochmal das gleiche, mit der Ausnahme, dass nicht mal eine Aufnahme gemacht wurde, weil Fraps sich nach dem Start von Lego Racers direkt wieder verabschiedet hat. Das heißt, ich werde hier erstmal wieder ein paar Sachen loschen. So, wir sind wieder bei unserem tollen Zauber Magica und wir machen neue Rennfahrer, wie oft ich das jetzt schon gemacht hab. Oh mein Gott. Ihr habt jetzt so viele Sachen nicht mitbekommen, das geht mir sowas von auf den Arsch. Egal. Wir machen jetzt irgendwas tolles hier. Mir fehlen grad die Worte. Ich bin grad einfach etwas auf 180. Aber ich möchte jetzt grad einfach auch die Aufnahme machen. Das sieht exotisch aus. Ich möchte grad einfach die Aufnahme machen, weil... Sonst hab ich grad keinen neuen Part dafür, um das hochzuladen und... Ja, das ist ein Mischling. Ha. Der sieht ja ulkig aus. Ulkig. Nee. Nee, der braucht einen richtigen Namen oder erstmal ein richtiges Gesicht. Mh, traurig? Ja, erstaunt. Das wär's ja auch bei dem, was du anhörst. Äh. So. 3x. So, und für den... Äh, keine Ahnung. Für den machen wir jetzt grad irgendeinen Scheißwagen. Ich darf jetzt nicht zu weit schalten. Ähm... Das ist jetzt erstmal die Frage, was man für den machen kann. Ich hab ne Idee. Ich glaub, wir basteln den ein. Mh, das geht. Wir machen... Wir machen dem jetzt so ein Gefängnis, so als Strafe. Als Strafe, dass das Spiel eben so scheiß abge... Abgekackt ist. Das gibt ne Bestrafung. So. Das passt daran. Ja, du wirst gleich nix mehr sehen. Oh, ja, da guckst du scheiße aus. Sehr schön. Ach, na je. Ach, ich mauer den einfach zu. Dafür brauche ich aber die Teile. So. Obwohl, das... Das wäre wohl besser, wenn ich das mit den Teilen machen werde. Dann kann ich das besser regulieren. Mh... Eigentlich wäre das noch besser, wenn ich das mit den kleinen Teilen machen würde. Abhol, ich will's da eigentlich hochbauen. Was mach ich denn? Oh, das... Das Spiel fickt mich gerade so. Das ist so... Unfair. Egal wer... Na, weg mit dir, Hilfe. Das ist ein bisschen dabei, weil man zu lang wartet und... Ach, ich glaub, ihr merkt richtig, dass ich so oben offen bin, dass ich gerade keine Lust habe, die ganze Scheiße nochmal zu machen, aber... Eure Trägen werde ich das nochmal machen, in der Hoffnung, dass das Spiel diesmal alles brav mitmacht. Zack. Zack. Nein, ihr müsst das nicht in den Kommentaren schreiben, ich weiß, dass es ein breiteres Teil davon gibt, aber ich hab gerade Lust dazu. Dahin. 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 Und dahin. So, dann kommst du gedreht nach da vorne. Geht das? Nein, das ist zu dick. Das ist zu lang. Wie ihr das einfach als total stumpf empfinden müsst, was ich jetzt gerade mache. Egal. So, der darf gleich nichts mehr sehen. Als Strafe. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Mache ich das? So. Und hinter den auch noch? Genau, das wird jetzt so eine kleine fahrende Festung. Die Festung der Bestrafung. Hohoho. Brain. Ach, wie ich mich gleich wieder drauf freue, die Rennen zu fahren. Das wird ein Heidenspaß. Jetzt ist jetzt die Frage, was wir jetzt noch dahin pflanzen. Das darf ich euch nicht zeigen. Das kennt ihr ja noch gar nicht. Aber jetzt sind die Möglichkeiten recht knapp dafür, was ich jetzt noch alles machen kann. Was kann ich hiervon denn noch nehmen? Ja, machen wir das einfach über den Kopf. So, 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 so geht das leider nicht. Ach man, hoch. Wollte ich drehen. Geht das? Das geht. Das hat zumindest in gewisser Weise einen Charme. Charme. Das ist echt mal... Jetzt müsste ich da oben eigentlich nur noch so einen Block drauf machen. So einen schwarzen, dicken Block. Aber dafür brauchen wir kleinere Sachen. So, das schwarze. Hm, das kleine schwarze. Dup, dup. Und jetzt kann man obendrauf nichts mehr tun. Außer ich finde hier noch irgendetwas Flaches. Aber anscheinend gibt's hier nichts Flaches mehr. Egal. Das ist jetzt die fahrende Festung. Sieht schon ulkig aus. Also, Fraps sucks. Aber den Typ eben durftet ihr eigentlich auch gerade gar nicht sehen. Es geht weiter mit Basil the Bad Lord. Und ich hoffe diesmal, dass es funktioniert. So. Das erwarte nicht, dass du gewinnst. Denn ich habe dies schon zum dritten Mal gesagt. Nein, jedenfalls nicht gegen den großen Basil the Bad Lord. Diese kleine, verfickte Lego-Figur regt mich jetzt schon zum dritten Mal auf. Und Turbostock, bitte. Nein, leider nicht. Dafür haben wir eine fahrende Festung. Niemand kann uns aufhalten. Hahaha. Wie ich gesagt habe, niemand kann uns aufhalten. Und wir fliegen genau da rein, wo ich nicht... Doch. Da will ich hin. Das finde ich gut. Wow. Gregi. Es leckt. Ich hoffe, dass wir diesen Corporate schnell durchkriegen. Dafür brauche ich jetzt eigentlich nur noch einen Speed-Upgrade. Fick dich, das war meins. Mann. Ja, komm. Ja, komm. Schieß mich ab, du. Ich bin noch vor dir. Komm, schieß mich ab. Schieß mich ab. Dann eben nicht. Bitte danke und tschüss. Wie das eigentlich so langweilig für den Fahrer sein muss. Weil der sieht ja nichts. Oder das ist so ein übelster Adrenalinschuh. Ich kann nichts sehen. Wo war ich hin? Helft mir doch jemand. Nein. Ich hab... Egal. Ihr könnt euch denken, worüber ich mich gerade aufregen wollte. Aber... Nein. Lassen wir es einfach mal sein. Ich werde mich gleich noch genügend aufregen. Ja. Wir schießen irgendwo ins Nirvana. Sind in der dritten und letzten Runde. Und wir haben meilenweit einen Vorsprung. Und das ist auch gut so. Weil ich hab grad keine Lust, irgendwelche Punkte unnötig zu verlieren. Und wir fliegen jetzt einfach ins Ziel. Zack. Gewonnen. 30 Punkte für uns. Unser armer Fraps Sucks. Kann nichts mehr sehen. Oh wie bedauerlich. Egal. Wir haben 30 Punkte. Ich kann diese Sequenz nicht abbrechen. Liebes ramfee. dumbfee. Los Morf die diagnosen. Vielen Dank.